Seit 1968 gibt es bei Vespa die Baureihe Primavera. Für die jüngste Generation des italienischen Kultrollers haben sich die Designer um eine moderne Interpretation der klassischen Formen bemüht. Auch ein geringes Gewicht stand bei der Entwicklung im Vordergrund. Dadurch ergibt sich ein sehr wendiges Fahrverhalten. Attraktive Farbkombinationen von Karosserie und Sitzbank verhelfen der kompakten Vespa zu einem frischen Auftritt. Die Primavera 125 mit 11 PS erreicht eine Spitze von 91 kmh und ist auch für Autofahrer mit dem Code 111 im Führerschein interessant. Preislich beginnt die Primavera 125 bei rund 4.400 Euro. Versionen mit ABS sowie eine Mopedvariante mit 50 Kubik werden das Primavera-Angebot erweitern.